Über dem Limit Von Norbert Reinwand Es ist sehr schwierig, alleine durchzuhalten. Sie müssen jederzeit über ein unterstützendes Netzwerk in Ihrer Nähe verfügen. Stellen Sie sicher, dass Sie stets ein Netzwerk aus Kollegen, Verbündeten und Freunden aufbauen, das Ihnen hilft, auch die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Allerdings ist es viel leichter gesagt als getan zu sagen, dass man ein gutes Netzwerk finden möchte. Ohne externe Ressourcen kann es schwierig sein, im Alltag Ausdauer zu finden. Sie müssen sicherstellen, dass Sie über Materialien verfügen, die Ihnen den Einstieg in Ihre Reise erleichtern. Mit diesem Buch erfahren Sie, wie Sie ganz einfach die Kraft Ihres eigenen Geistes nutzen können, um sich von Rückschlägen zu erholen. Behandelten Themen, wie ein Support-System Ihnen helfen kann, schwierige Zeiten zu überstehen. Wie man selbstlimitierende Überzeugungen überwindet. Wie man unerwartete Rückschläge überwindet. Ausdauer der Schlüssel zum Erfolg. Die treibenden Kräfte der Ausdauer. Die Bedeutung geistiger Stärke für den Erfolg. Die Kraft des positiven Selbstgesprächs. Drei effektive Möglichkeiten, Selbstdisziplin zu kultivieren. Drei Ideen zur Überwindung von Widrigkeiten. Drei Gründe, warum Sie Ihre Komfortzone verlassen sollten. Wie ein Support-System Ihnen helfen kann, schwierige Zeiten zu überstehen. Willkommen zu dieser Präsentation darüber, wie ein Support-System Ihnen helfen kann, schwierige Phasen zu überstehen. Auf Ihrer Suche nach dem Erreichen Ihrer Ziele werden Sie einige Momente erleben, in denen Sie vielleicht das Gefühl haben, aufgeben zu wollen. Du hast das Gefühl, dass die Anstrengung umsonst ist und du scheinst es nicht mehr aushalten zu können. Die Sache ist, dass das normal ist. Und es liegt an Ihnen, sicherzustellen, dass Sie weitermachen und die Ziele erreichen, die Sie sich vorgenommen haben. Eines der wichtigsten Dinge, die Sie bei Ihrer Zielerreichung haben sollten, ist ein Unterstützungssystem. In dieser Präsentation wird ausführlich erläutert, warum es wichtig ist, eines zu haben. Nachdem dies gesagt ist, fangen wir an. Lassen Sie uns zunächst die Wahrheit über das Erreichen der von Ihnen gesetzten Ziele anerkennen. Wie bereits erwähnt, werden Sie Widrigkeiten durchmachen. Sie werden Rückschläge erleben. Und es ist wichtig, die Tatsache zu akzeptieren, dass sie unvermeidbar sein werden. Niemand hat jemals seine Ziele mit Leichtigkeit erreicht. Wenn jemand das sagt, dann lügt er dich an. Es ist immer gut, große und kleine Herausforderungen zu haben. Es wird Sie zu einem widerstandsfähigeren Menschen machen. Es wird Ihnen helfen zu lernen, wie Sie die Herausforderungen erkennen und meistern können, mit denen Sie jetzt und in der Zukunft konfrontiert sind. Zu akzeptieren, dass es Hindernisse geben wird, wird Teil Ihrer Denkweise sein. Als nächstes ist es wichtig, eine Selbsthilfegruppe zu haben, die Ihnen durch die emotionalen Zeiten hilft. Möglicherweise verspüren Sie Traurigkeit, Wut und alles dazwischen. Und die Mitglieder Ihres Support-Systems werden Ihnen bei jedem Schritt zuhören. Sie vertrauen Menschen an, denen Sie vertrauen können. Sie sprechen über Dinge, die Sie stören. Sie drücken aus, wie Sie sich fühlen. Diese emotionale Unterstützung zur Verfügung zu haben, ist etwas, wofür man dankbar sein kann. Vor allem, wenn Sie die schwierigen Phasen durchmachen, die das Erreichen Ihrer Ziele mit sich bringt. Sie werden Ihnen dabei helfen, Ihr Selbstvertrauen wiederherzustellen und Sie daran zu erinnern, wie weit Sie gekommen sind. Und Sie werden Sie auch daran erinnern, wie viel Sie noch tun müssen, bevor Sie Ihre Ziele endlich erreichen. Ein Unterstützungssystem hilft Ihnen auch dabei, Widrigkeiten zu meistern, indem es Ihnen Perspektive und Orientierung bietet. Möglicherweise haben Sie einen Mentor als Teil Ihres Unterstützungssystems, der Sie in die richtige Richtung weisen kann. Sie verstehen die Herausforderungen, die Sie durchgemacht haben, weil Sie diese auch erlebt haben. Sie sind sich der Probleme und der vorhandenen Lösungen bewusst. Wenn Sie also einen Mentor für bestimmte Ziele haben, die Sie erreichen möchten, ist dieser jederzeit für Sie da. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese. Wenn Sie Hilfe benötigen, scheuen Sie sich nicht, sich an jemanden zu wenden, der Ihnen möglicherweise weiterhelfen kann. Es gibt so viel, was Sie alleine tun können, aber manchmal kann es passieren, dass Sie stecken bleiben. Daher ist es hilfreich, bei Bedarf jemanden um Rat zu bitten. Schließlich wird Ihr Support-System für Sie da sein, um Ihre Siege und das Erreichen des großen Ziels zu feiern. Das gibt Ihnen das Erfolgserlebnis und es ist noch besser, wenn Sie Leute haben, mit denen Sie es feiern können. Es ist immer toll, sein Glück mit den wichtigsten Menschen Ihres Lebens zu teilen. Wenn das Ziel also erreicht ist, feiern Sie mit denen, die bei jedem Schritt für Sie da waren. Das war's mit dieser Präsentation. Wir hoffen, dass Sie daraus viele tolle Informationen gewinnen konnten. Vielen Dank, dass Sie sich das angeschaut haben, seien Sie vorsichtig. Wie man selbstlimitierende Überzeugungen überwindet In dieser Präsentation gehen wir darauf ein, wie Sie selbstlimitierende Glaubenssätze überwinden können. Beginnen wir damit, dass es völlig normal ist, diese zu haben. Die Realität ist, dass wir, wenn wir uns Ziele setzen, die wir erreichen wollen, das Gefühl haben, dass wir sie nicht erreichen können. Wir haben Angst vor dem Scheitern. Wir haben Angst, dass wir so viele Fehler machen werden. Wir haben das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind. Das hört man jedes Mal. Und es ist wichtig zu wissen, dass selbstlimitierende Überzeugungen vorübergehend sind. Sie können im Laufe der Zeit beseitigt werden. Wenn Sie mit selbstlimitierenden Überzeugungen zu kämpfen haben und diese schnell überwinden möchten, ist diese Präsentation einen Blick wert. Also lasst uns eintauchen. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was selbstlimitierende Überzeugungen sind. Es sind diese Gedanken und Überzeugungen, die in unseren Köpfen verankert sind. Sie sitzen so tief in unserem Kopf, dass es schwierig sein könnte, sie loszuwerden. Diese basieren normalerweise auf früheren Erfahrungen, den Überzeugungen anderer und sogar auf der Angst vor dem Scheitern selbst. Apropos, lassen Sie uns zur Liste der gängigen, selbstlimitierenden Überzeugungen übergehen. Der erste Grund ist die Angst vor dem Scheitern. Wir haben Angst, dass es das ist, wenn wir scheitern. Wir haben das Gefühl, dass es das Ende der Welt ist, dass es vorbei ist und wir niemals ein Ziel erreichen werden. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, wenn wir es versuchen würden. Beachten Sie außerdem, dass Rückschläge nicht als Misserfolge verwechselt werden sollten. Es ist nur ein Scheitern, wenn Sie sich entscheiden, aufzugeben. Betrachten Sie Rückschläge als Lernerfahrung. Besprechen Sie, was Sie in Zukunft tun können, um die Anzahl der auftretenden Rückschläge zu begrenzen. Der nächste selbstlimitierende Glaube ist Perfektionismus. Es versteht sich von selbst, dass nichts perfekt sein muss. Es sollte zufriedenstellend sein. Ich weiß, dass Menschen nach etwas streben, das perfekt und makellos ist. Schon beim ersten Versuch. Aber das wird dazu führen, dass wir gestresst und frustrierter werden. Sie sollten also darüber nachdenken, zu akzeptieren, dass nicht alles perfekt sein muss. Streben Sie nicht nach Perfektion. Machen Sie den Versuch und folgen Sie dem Prozess. Wenn Sie Fehler machen, besteht kein Grund zur Aufregung. Betrachten Sie es als Lernprozess und wenden Sie ihn in Zukunft an. Ein weiterer selbstlimitierender Glaube ist mangelnde Unterstützung. Sie verfügen über ein Unterstützungssystem, das aus den Menschen besteht, denen Sie am meisten vertrauen können. Sie erhalten reichlich Unterstützung von Ihren Freunden, Ihrer Familie, Ihren Mentoren und allen möglichen wichtigen Menschen. Erinnern Sie sich also daran, dass es Menschen gibt, die an Sie glauben. Auch wenn Sie denken, dass das nicht der Fall ist. Der letzte einschränkende Glaube, der weit verbreitet ist, ist, nicht gut genug zu sein. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass Sie nicht stark genug, nicht talentiert genug und so weiter sind. Die Wahrheit ist, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir an diese selbstlimitierenden Überzeugungen glauben, wie zum Beispiel, nicht genug zu sein. Aber du bist gut genug darin, etwas zu tun. Wenn Sie das Gefühl haben, nicht genug zu sein, finden Sie Wege, dies zu erreichen. Wenn Sie in etwas nicht kompetent genug sind, erlernen Sie diese Fähigkeiten. Wenn Sie in etwas nicht gut genug sind, finden Sie Wege, sich darin zu verbessern. Es mag wie ein zeitintensiver Prozess erscheinen. Aber wenn Sie daran festhalten, in etwas besser genug zu sein, wird dieser einschränkende Glaube verschwinden. Das reicht für diese Präsentation. Wir freuen uns, dass Sie sich das angeschaut haben. Sie haben jetzt die Ideen, wie Sie die gängigen, selbstlimitierenden Überzeugungen überwinden können. Solange Sie sie im Keim ersticken und das Positive statt das Negative betrachten, gehören diese begrenzten Überzeugungen der Vergangenheit an. Vielen Dank, dass Sie sich diese Präsentation angesehen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genieße Deinen Tag. Wie man unerwartete Rückschläge überwindet In diesem Vortrag sprechen wir darüber, wie Sie unerwartete Rückschläge überwinden können. Und ja, das passiert in der Regel. Sie sagen, man solle das Unerwartete erwarten. Aber es kann jederzeit und an jedem Ort auftauchen. Daher kann es eine gute Idee sein, sich darauf vorzubereiten. Der Zeitpunkt Ihres Auftretens ist jedoch ein Rätsel. Wir haben keine Kristallkugel, um vorherzusagen, wann etwas passieren wird. Es scheint also große Unsicherheit darüber zu bestehen, wann ein unerwarteter Rückschlag eintreten wird. Wenn so etwas passiert, werden Sie möglicherweise völlig überrascht sein und die Verarbeitung wird aufgrund des damit verbundenen Schockfaktors etwas dauern. Jetzt beginnen wir mit dem Kern dieser Präsentation und besprechen, wie Sie diese Rückschläge, die aus dem Nichts auftauchen, überwinden können. Zunächst ist es wichtig zu akzeptieren und anzuerkennen, dass es passiert ist. Sie werden enttäuscht, traurig, wütend sein oder eine andere negative Emotion empfinden. Es ist normal, dass Sie es spüren werden. Konzentrieren Sie sich also nicht auf das Negative, sondern auf das Positive. Konzentrieren Sie sich darauf, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Damit sind Sie anderen voraus, die angesichts der erlittenen Rückschläge immer noch im Dreck stecken. Zweitens behalten Sie eine positive Einstellung bei. Natürlich haben wir dies im vorherigen Punkt angesprochen. Es ist immer eine gute Idee, positiv zu bleiben und den Optimismus zu bewahren, wenn man mit einem unerwarteten Rückschlag konfrontiert wird. Ja, Sie werden feststellen, dass der Rückschlag ein Hindernis war, das aus dem Nichts aufgetaucht ist. Und Sie sind bereit, dafür zu sorgen, dass Sie es umgehen und den Weg weitergehen können. In der Zwischenzeit können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Support-Netzwerk Sie weiterhin anfeuert und seine anhaltende Unterstützung für Sie zum Ausdruck bringt. Das dritte Thema, das wir besprechen werden, ist die Beurteilung der Situation. Wenn Sie sich zurechtgefunden haben, schauen Sie sich an, was passiert ist. Wie kam es zu diesem unerwarteten Rückschlag? Möglicherweise haben Sie bei der Arbeit an einem Ziel, das Sie erreichen wollten, etwas übersehen. Vielleicht war Ihnen nicht bewusst, dass Sie einen wichtigen Schritt verpasst haben. Wichtig ist es, sorgfältig zu prüfen. Denken Sie nicht über den Rückschlag nach. Untersuchen Sie es Teil für Teil. Entscheiden Sie dann, was die Ursache gewesen sein könnte. Auf diese Weise werden Sie sich dieses Rückschlags bewusst und lernen aus Ihren Fehlern. Wenn Sie es bewerten, erhalten Sie Antworten darauf, was passiert ist, wie es passiert ist und was Sie in Zukunft tun müssen, damit Sie nicht noch einmal dasselbe durchmachen. Zu guter Letzt müssen Sie bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Dies und die Einschätzung des Rückschlags gehen Hand in Hand. Sie wissen genau, was in Zukunft zu tun ist und können so die bestmöglichen Anpassungen vornehmen. Dann werden Sie sich an diese Veränderungen anpassen. Es kann ausreichen, um Sie ein wenig aus Ihrer Komfortzone herauszuholen. Und Sie werden das Gefühl haben, dass Sie sich auf unbekanntem Terrain befinden. Das ist normal für diejenigen, die Erfolg haben wollen. Manchmal kann ein Rückschlag ausreichen, um Sie aus Ihrer Komfortzone zu bringen, ob erwartet oder nicht. Das war's für unsere Präsentation. Wir hoffen, dass Sie dabei viel gelernt haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Rückschlägen mit dem Unerwarteten rechnen. Ja, es gibt sie. Aber es kommt darauf an, wann Sie auftauchen. Wir empfehlen Ihnen, sich darüber keine allzu großen Sorgen zu machen, da Sie dadurch vor Angst gelähmt werden. Konzentrieren Sie sich, machen Sie sich keine Sorgen und seien Sie bereit, mit Rückschlägen umzugehen, die auftreten können, unerwartete oder unvorhergesehene. Vielen Dank, dass Sie sich diese Präsentation angesehen haben. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, außerhalb Ihres Zeitplans zu lernen, wie Sie unerwartete Rückschläge überwinden können. Ausdauer der Schlüssel zum Erfolg In diesem Vortrag erklären wir, warum Ausdauer der Schlüssel zum Erfolg ist. Genauer gesagt ist es einer der Schlüssel. Und wir glauben, dass es ohne sie schwierig sein könnte, die vielen Herausforderungen und Widrigkeiten zu meistern, denen wir gegenüberstehen, wenn wir uns die Ziele setzen, die wir uns gesetzt haben. Es gibt keinen einfachen Weg zum Erfolg. Sie werden auf Schlaglöcher, Straßensperren und jedes große und kleine Hindernis stoßen. Wer behauptet, es sei ihm gelungen, ohne zu scheitern, lügt sie offensichtlich an. Nachdem dies gesagt ist, kommen wir gleich zum Kern dieser Präsentation. Der erste Punkt, den wir ansprechen werden, ist, dass Ausdauer der Schlüssel ist, weil sie Ihnen hilft, Herausforderungen zu meistern. Wie wir bereits erwähnt haben, werden Sie mit vielen davon konfrontiert sein, bevor Sie Ihr Ziel endlich erreichen. Ein Zitat von Thomas Edison lautete, Wenn man sich den Wortlaut ansieht, sieht er das Gute in den Rückschlägen. Es gelang ihm, etwas zu finden. Er hat nicht gesagt, dass er per se versagt hat. Wenn Sie also das Gute unter den Schlechten erkennen, wird Ihnen das viel leichter helfen, Herausforderungen zu meistern. Sie wissen, dass etwas nicht funktionieren wird. Jetzt müssen Sie eine andere Alternative testen. Egal wie oft Ihre Versuche erfolglos geblieben sind, es ist wichtig, nicht aufzugeben. Der nächste wird besser sein als der letzte. Schließlich war Edison als Erfinder der Glühlampe bekannt. Und wir wissen mit Sicherheit, dass er es nicht gleich beim ersten Versuch geschafft hat. Werfen wir als nächstes einen Blick auf die kontinuierliche Verbesserung. Es ist einfach durchzuhalten, wenn man weiß, dass man sich immer wieder verbessern kann. Sie müssen die Tatsache akzeptieren, dass nichts jemals perfekt sein wird. Die Messlatte sollte nicht zu hoch angesetzt werden. Zielen Sie nicht auf Perfektion. Schießen Sie auf zufriedenstellend. Ich weiß, dass es da draußen einige Perfektionisten gibt, die Schaum vor dem Mund haben und einige nicht so freundliche Worte sagen. Aber die Wahrheit ist, dass der Versuch, ein Perfektionist zu sein, sie frustrieren wird und sie ein wenig Frieden in ihrem Kopf finden. Es ist wichtig, die Arbeit einfach zu erledigen, ohne ein perfektes Ergebnis zu erwarten. Sie möchten, dass es so gut ist, dass Sie nach Ihren Maßstäben zufrieden sind. Wenn es Bereiche gibt, die verbessert werden müssen, identifizieren Sie sie und finden Sie Möglichkeiten, darauf aufzubauen. Sie können an den Schwachstellen arbeiten und diese mit der Zeit stärken. Das ist das Schöne an kontinuierlicher Verbesserung. Nur weil etwas gut ist, heißt das nicht, dass Sie im Laufe der Zeit keine weiteren Verbesserungen vornehmen können. Es gibt immer Raum für Verbesserungen, egal wie gut etwas ist. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Windows ständig aktualisiert wird? Nun, die Verbesserungen mögen zwar geringfügig sein, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie kontinuierlich es geht, um es für die Benutzer besser zu machen. Schließlich ist es wichtig, Resilienz aufzubauen. Dies ist möglicherweise eines der wichtigsten Nebenprodukte der Beharrlichkeit. Sie wissen, dass Ihnen holprige Straßen bevorstehen, und Sie sind darauf vorbereitet, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Es ist immer eine gute Idee, darauf vorbereitet zu sein und sich auf Schlaglöcher vorzubereiten. Möglicherweise können Sie erkennen, was vor Ihnen liegt und welche Hindernisse im Weg stehen. Sie können sich im Voraus darauf vorbereiten, sie zu bewältigen, oder wenn Sie auf sie stoßen, Sie identifizieren und Wege finden, die Hindernisse zu überwinden und voranzuschreiten. Das wird es für diese Präsentation sein. Wir hoffen, dass Sie dabei einiges Tolles mitbekommen haben. Vielen Dank, dass Sie sich das angeschaut haben, wir sehen uns bald. Die treibenden Kräfte der Ausdauer In dieser Präsentation erfahren Sie mehr über die treibenden Kräfte der Ausdauer. Was bringt jemanden dazu, die schwierigen Momente seines Lebens durchzuhalten? Wenn Sie ein langfristiges Ziel erreichen, was hält Sie dann am Laufen, egal was passiert? In dieser Präsentation werden Sie einige Elemente dessen herausfinden, was das bewirkt. Es ist wichtig, dass wir die Faktoren berücksichtigen, die uns dazu veranlassen, hart zu arbeiten, konzentriert zu bleiben und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Machen Sie sich also während dieser Präsentation unbedingt Notizen, damit Sie einen Plan erstellen können, wie Sie in Ihrem Leben durchhalten können, wann und wo immer es am wichtigsten ist. Wenn das gesagt ist, fangen wir an. Erstens ist Leidenschaft eine der treibenden Kräfte der Beharrlichkeit. Es steht außer Frage, dass wir tun können, was wir lieben und lieben, was wir tun. Wenn es uns nicht gefallen hat, warum sollten wir uns dann die Mühe machen? Auch wenn es etwas ist, das Sie gerne tun, es werden Herausforderungen auftauchen. Sie werden sich mit Problemen befassen, die Lösungen erfordern. Sie können sie selbst lösen oder mit jemandem sprechen, der Ihnen helfen kann. Es muss jemand sein, der viel darüber weiß, was Sie beide tun. Es könnte etwas sein, das Sie neu lernen. Und das allein wird Sie dazu antreiben, weiterhin das zu tun, was Sie lieben. Wenn Sie gerne Neues lernen, wird es Ihnen leichter fallen, Herausforderungen zu meistern. Wenn Sie lieben, was Sie tun, dann zeigen Sie keine Anzeichen dafür, dass Sie so schnell damit aufhören werden. Außerdem werden Sie das Gefühl haben, dass es eine gute Idee ist, um Hilfe zu bitten, wenn dies erforderlich ist. Eine weitere treibende Kraft, die wir uns ansehen werden, ist das Selbstvertrauen. Wenn Sie an sich selbst glauben, werden Sie wahrscheinlich kein Problem damit haben, etwas zu tun, das Sie erreichen möchten. Wenn Sie das Gegenteil tun, wird es natürlich schwierig sein, die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Es ist immer eine gute Idee, sich sagen zu können, ich schaffe das. Die Herausforderungen, die vor mir liegen, werden mich nicht aufhalten, oder eine ähnliche Sprache. Wenn Sie ein selbstbewusstes Image bewahren und in der Lage sind, die Arbeit mit dem Wissen zu erledigen, dass sie abgeschlossen wird, dann gibt es nichts, was Sie aufhalten kann. Glauben Sie einfach daran, dass Sie es schaffen können, ohne dass Ihr Herz auf das maximale Ergebnis fixiert ist. Ein Perfektionist zu sein, kann Ihr Selbstvertrauen wirklich zerstören. Versuchen Sie also, es einfach zu erledigen. Wenn Sie einen Fehler machen, sagen Sie, dass es sich um einen Lernprozess handelt. Auf diese Weise können Sie einen Ansatz erlernen, mit dem Sie verhindern können, dass Sie immer wieder dieselben Fehler machen. Schließlich gibt es noch die Wachstumsmentalität. Dies wird die letzte treibende Kraft sein, die wir im Hinblick auf die Ausdauer betrachten werden. Wichtig zu wissen ist, dass eine Wachstumsmentalität Ihnen helfen kann, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es wird Ihnen helfen, sogenannte Misserfolge als Rückschläge zu betrachten. Es wird Ihnen ermöglichen, Ihre selbstlimitierenden Überzeugungen zu minimieren. Die Idee besteht darin, sich selbst als jemanden zu betrachten, der ein lebenslanger Pädagoge ist. Sie wissen, dass es ein Wachstumsprozess ist, egal welche Ziele Sie sich setzen. Beachten Sie außerdem, dass Sie eine Wachstumsmentalität benötigen, die Ihnen dabei hilft, die ideale Person zu entwickeln, die Sie werden möchten. Sie wollen erfolgreich sein. Du willst positiv sein. Und es braucht eine Wachstumsmentalität, um die Arbeit zu erledigen. Dies bildet den Abschluss unserer Präsentation über die treibenden Kräfte der Beharrlichkeit. Wir hoffen, dass dies für Sie hilfreich war. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn es um den Erfolg geht, ist es wichtig, diese Ausdauer in Ihrem Leben zu haben. Machen Sie also weiterhin das, was Sie lieben, nehmen Sie eine wachsende Denkweise an und glauben Sie immer an sich. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir sehen uns bald. Die Bedeutung geistiger Stärke für den Erfolg In dieser Präsentation diskutieren wir die Bedeutung mentaler Stärke für den Erfolg. Es versteht sich von selbst, dass wir in einer Welt leben, in der die Dinge herausfordernd werden. Wir werden mit Widrigkeiten konfrontiert sein und es kann zu einem Punkt kommen, an dem sich Selbstzweifel und Angst einschleichen. Allerdings müssen wir uns auf unsere mentale Stärke verlassen, um durchzukommen. In diesem Vortrag wird erörtert, warum mentale Stärke wichtig ist und wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können. Dies gilt für jedes Ziel, das Sie sich setzen möchten, unabhängig davon, ob Sie es im nächsten Monat, im nächsten Jahr oder darüber hinaus erreichen. Beginnen wir also damit, einige wichtige Punkte zur mentalen Stärke zu besprechen und wie sie sich zu ihrem Vorteil auswirken kann. Das Erste, worüber wir sprechen werden, ist die Widerstandsfähigkeit gegenüber Widrigkeiten. Wie bereits erwähnt, werden wir irgendwann in unserem Leben damit konfrontiert werden. Wir müssen so damit umgehen, dass wir voranschreiten und in der Lage sind, den Sturm so gut wie möglich zu überstehen. Es wird Hindernisse geben, große und kleine. Es ist wichtig, dass wir sie identifizieren und Lösungen finden können, um sie Schritt für Schritt zu besiegen. Wenn wir uns Herausforderungen stellen, werden wir stärker. Dadurch werden wir zu besseren Problemlösern. Wenn wir mit Rückschlägen zu kämpfen haben, nutzen wir sie als Lernchancen. Resilienz wird Ihre Denkweise zum Besseren stärken. Sie werden die Dinge aus einer anderen Perspektive denken und betrachten. Sie werden eine gewisse Veränderung in Ihrem Geist spüren. Seien Sie sich also bewusst, dass Belastbarkeit ein Teil davon ist, wenn es um mentale Stärke geht. Als nächstes soll die mentale Stärke dafür sorgen, dass Sie sich besser auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können. Sie können planen, was Sie kurz- und langfristig erreichen möchten. Dennoch benötigen Sie ein hohes Maß an Konzentration, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Je konzentrierter Sie sind, desto besser. Sie werden sogar noch entschlossener sein, die Aufgaben effizienter zu erledigen, wenn Sie geistig stark sind. Sie werden das Gefühl haben, dass Sie die Aufgaben problemlos bewältigen können. Mit einer Kombination aus Konzentration und Entschlossenheit werden Sie sich unaufhaltsam fühlen. Sie werden zufriedener sein und sich erfolgreicher fühlen als je zuvor. Wenn es um mentale Stärke geht, werden Sie das Gefühl haben, dass Sie Ihre Arbeit erledigen und die Ziele erreichen können, die Sie sich gesetzt haben. Schließlich hilft Ihnen mentale Stärke, Ihren Stress besser zu bewältigen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Stress ablenkend sein kann, insbesondere wenn es darum geht, etwas zu erledigen. Wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt und es sich negativ auf Sie auswirkt, führt dies dazu, dass Sie Ihre Konzentration verlieren. Sie werden das Wesentliche aus den Augen verlieren und sich auf die Dinge konzentrieren, die Sie stören. Mit mentaler Stärke können Sie erkennen, was den Stress verursacht. Sie werden auf verschiedene Weise besser damit umgehen können, zum Beispiel durch Achtsamkeit. Auch wenn Stress nahezu unvermeidbar ist, lässt er sich entsprechend bewältigen. Mentale Stärke kann hilfreich sein, um mit dieser Art von Stress umzugehen. Machen Sie sich also weniger Stress und es wird Ihnen gut gehen. Damit ist dieser Vortrag über die Bedeutung mentaler Stärke für den Erfolg abgeschlossen. Wir hoffen, dass Sie viele hilfreiche Informationen gefunden haben. Der Aufbau Ihrer mentalen Stärke wird Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Ziele sicherlich einen Vorsprung verschaffen. Der Aufbau mentaler Stärke braucht Zeit. Es ist etwas, das nicht über Nacht geschieht. Deshalb ermutigen wir Sie zu lernen, wie Sie widerstandsfähiger sein, Ihren Stress besser bewältigen und Ihre Denkweise dahingehend anpassen können, dass Sie in den Widrigkeiten das Gute sehen. Vielen Dank, dass Sie sich diese Präsentation angesehen haben. Wir schätzen Ihre Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Kraft des positiven Selbstgesprächs In dieser Präsentation geht es um die Kraft positiver Selbstgespräche. Hier ist zunächst eine Frage an Sie. Reden Sie manchmal negativ über sich selbst? Wenn Sie dies tun, ist dies die Präsentation, auf die Sie achten möchten. Es versteht sich von selbst, dass je öfter man Dinge sagt, desto mehr werden sie zu Überzeugungen. Es würde also Sinn machen, wenn Ihre negativen Gespräche zu negativen Überzeugungen werden. Und das führt dazu, dass schlimme Dinge passieren. Natürlich wollen wir das nicht. Deshalb gehen wir einige Gründe durch, warum positives Selbstgespräch wichtig ist und warum Sie es zu einer regelmäßigen Gewohnheit machen sollten. Als erstes schauen wir uns an, wie es Ihr geistiges und emotionales Wohlbefinden steigert. Wenn Sie sich positiv äußern, fühlen Sie sich gut. Die meiste Zeit über bist du glücklich mit dir selbst. Nicht so sehr auf prahlerische Art und Weise. Sie fühlen sich so glücklich und positiv, dass Sie es an andere weitergeben, wenn Sie es auf natürliche Weise zeigen. Es ist wichtig, dass Sie sich bei jeder Gelegenheit positiv äußern. Sie müssen sich auch darin üben, negative Gespräche oder Gedanken zu erkennen. Es ist normal, dass etwas durchs Raster fällt. Aber es ist immer eine gute Idee, wachsam zu sein und negative Gedanken und Sprüche aufzufangen. Wenn Sie dies tun, haben Sie die Chance, das Ruder herumzureißen. Anstatt negativ zu reden, machen Sie eine Kehrtwende und verwandeln Sie es in etwas Positives. Anstelle von Ich kann das nicht, formulieren Sie es beispielsweise in Ich kann das um. Statt es ist zu schwer, formulieren Sie es um. Es ist eine Herausforderung, aber ich werde es schaffen. Sehen Sie, was wir damit meinen? Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich dabei ertappen, wie Sie negative Dinge sagen und sie dann in etwas Positiveres umformulieren. Denken Sie daran, je mehr Sie positive Dinge über sich selbst sagen, desto mehr beginnen Sie an das Positive zu glauben. Du fängst an, es unbewusst zu zeigen. Selbstgespräche ermöglichen es Ihnen auch, Ihre Ziele mit Elan und Tatendrang zu erreichen. Wenn man ein positiver Mensch ist und sich selbst so positiv äußert, fängt man an, dieses Gefühl zu bekommen. Das Gefühl, dass man alles schaffen kann und die Arbeit erledigen kann, egal was passiert. Dir ist Perfektion egal. Es ist dir egal, ob du einen Fehler machst. Du willst es einfach erledigen. Natürlich sollte die Qualität der Arbeit gut sein. Aber sagen Sie sich, ich werde einen Fehler machen. Und das ist in Ordnung, denn es ist eine Lernerfahrung. Schließlich können positive Selbstgespräche zu Ihrem körperlichen Wohlbefinden beitragen. Sie werden weniger Stress haben. Das bedeutet, dass Sie die körperlichen Auswirkungen von Stress nicht spüren. Sie werden Ihrem Körper keinen großen körperlichen Schaden zufügen. Das bedeutet, dass Sie keine Gefahr für Ihre Gesundheit eingehen, etwa durch kurzfristige oder langfristige negative Auswirkungen von Stress. Wenn es um positive Selbstgespräche geht, tun Sie nicht nur Ihrem Geist, sondern auch Ihrem Körper einen Gefallen. Seien Sie also freundlich zu sich selbst, indem Sie positive Selbstgespräche führen. Sie selbst, sowohl innerlich als auch äußerlich, werden es Ihnen danken. Dies reicht für diese Präsentation aus. Wir hoffen, dass Sie etwas Gutes daraus mitnehmen konnten. Wir schätzen Ihre Bemühungen, positive Selbstgespräche zu einem Teil Ihres täglichen Lebens zu machen. Die Kraft davon ist größer, als Sie denken. Wenn Sie uns nicht glauben, probieren Sie es aus. Stellen Sie sicher, dass Sie sich dabei ertappen, wie Sie etwas Negatives sagen und es dann in etwas Positives umformulieren. Wenn man so weitermacht, wird es zur zweiten Natur. Und bevor Sie es merken, werden Sie diese positive Einstellung spüren und ausstrahlen. Du wirst es unter anderem verbreiten, und die Leute werden es jedes Mal zu schätzen wissen, wenn sie Dich sehen. Vielen Dank, dass Sie sich diese Präsentation angeschaut haben. Wir sehen uns bald wieder. Drei effektive Möglichkeiten, Selbstdisziplin zu kultivieren In dieser Präsentation werden die drei effektiven Möglichkeiten zur Förderung der Selbstdisziplin erläutert. Dies ist einer der Schlüssel, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Es fällt uns leicht zu zögern oder nichts zu tun. Und wenn das passiert, geraten wir scheinbar ins Hintertreffen. Denken Sie unbedingt daran, dass Sie in der Lage sein müssen, Ihren Selbstdisziplinierungsplan einzuhalten, um den angestrebten Erfolg zu erzielen. Ohne Sie werden Sie keine klaren Ziele haben und sicherlich nicht den Antrieb haben, Ihre Arbeit zu erledigen. Lassen Sie uns nun tiefer in unsere Präsentation eintauchen und Ihnen zeigen, wie Sie Selbstdisziplin auf drei einfache und effektive Arten kultivieren können. Die erste besteht darin, klare Ziele zu setzen und Prioritäten zu setzen. Sie möchten sich einen Moment Zeit nehmen und die Ziele aufschreiben, die Sie erreichen möchten. Sie können sie auch in kleine Unterziele aufteilen, die mit der Zeit zu einem Schneeball-Effekt werden. Anschließend möchten Sie sie priorisieren. Wenn es zeitkritische Ziele gibt, möchten Sie diese innerhalb der Frist priorisieren. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie planen zwei Ziele mit bestimmten Fristen. Der erste hat eine Frist von einem Monat, der andere eine Frist von sechs Monaten. Das erste Ziel sollte Priorität haben, da Sie weniger Zeit haben, es zu erreichen. Das heißt aber nicht, das andere Ziel zu vernachlässigen. Wenn Sie eine Aufgabe für dieses vorrangige Ziel haben, erledigen Sie diese zuerst. Anschließend können Sie an den Aufgaben arbeiten, die zum anderen Ziel gehören. Ist das sinnvoll? Das Ziel sollte sein, sich zuerst auf die vorrangigen Aufgaben zu konzentrieren und nicht auf alles andere. Die zweite Möglichkeit, Selbstdisziplin zu fördern, besteht darin, eine strukturierte Routine und gute Gewohnheiten zu schaffen. Was Sie tun möchten, ist eine Routine aufzubauen, in der Sie den ganzen Tag über bestimmte Aufgaben ausführen. Es ist wichtig, diese Aufgaben für einen bestimmten Zeitpunkt zu planen. Wenn Sie einem Routineplan folgen, wissen Sie, wie spät es ist und welche Aufgabe erledigt werden muss. Außerdem wird es Ihnen dabei helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Wenn Sie also mit der gleichen Routine fortfahren, wird es sich wie eine zweite Natur anfühlen. Es wird nur ein ganz normaler Tag im Büro sein. Sicher, es wird banal oder langweilig erscheinen. Aber das wird nicht der Fall sein. Solange es Sie Ihrem Ziel näher bringt, wird es Ihnen nicht wie eine schlechte Routine vorkommen. Üben Sie abschließend Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung. Stress kann entstehen, wenn Sie versuchen, Ihre Selbstdisziplin aufzubauen. Die Idee ist, sich einen Moment Zeit zu nehmen und ein paar Minuten durchzuatmen. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, an dem es nicht viele störende Geräusche gibt. Schließen Sie außerdem die Augen und lassen Sie Ihre Gedanken schweifen. Schenkt Ihnen keine Beachtung. Erkenne Sie einfach an und mache weiter. Wenn Sie aufmerksamer sind, nehmen Sie wahr, was um Sie herum vorgeht. Sie werden erkennen, was Sie belasten könnte. Aber die Sache mit Achtsamkeit ist, dass Sie Ihren Stressbegel kontrollieren können. Und wenn Sie das tun, tun Sie sowohl Ihrer körperlichen als auch Ihrer geistigen Gesundheit einen Gefallen. Das ist alles für diese Präsentation. Es ist wichtig, dass Sie diese drei Möglichkeiten nutzen, um Ihre Selbstdisziplin zu kultivieren. Wenn Sie dieser Liste folgen, werden Sie feststellen, dass Sie sich erfolgreicher fühlen. Sie werden auch das Gefühl haben, Schritt für Schritt Ihre Komfortzone zu verlassen. Ein selbstdisziplinierter Mensch ist nicht aufzuhalten, wenn er Ziele zu erreichen hat und sich auf diese konzentriert. Vielen Dank, dass Sie sich diese Präsentation angesehen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Widrigkeiten zu überwinden, ist dies die richtige Präsentation für Sie. Wir werden an jedem Punkt unseres Lebens damit konfrontiert werden. Die Sache ist, dass wir es auf die bestmögliche Weise überwinden können. Um unsere Ziele zu erreichen, stehen wir vor vielen Herausforderungen. Wir wollen nicht im Schlamm stecken bleiben und das Gefühl haben, keinen Ausweg mehr zu haben. In dieser Präsentation erfahren Sie, wie Sie Widrigkeiten mit Leichtigkeit überwinden. Wenn Sie also Ihre Denkweise ändern möchten und bereit sind, die vor Ihnen liegenden Herausforderungen anzunehmen, bleiben Sie dabei. Die erste Idee auf der Liste ist der Aufbau einer Wachstumsmentalität. Unsere Denkweise ist dafür verantwortlich, wie wir auf Widrigkeiten reagieren. Eine negative Einstellung wäre eher, ich kann das nicht oder es ist zu schwer. Eine Wachstumsmentalität ist eher wie, ich habe einen Fehler gemacht und daraus gelernt, oder ich weiß, dass es schwierig ist, aber wenn ich das auf eine bestimmte Art und Weise angehe, kann ich es schaffen. Sie haben bemerkt, dass es einen großen Unterschied in unserer Einstellung zu unterschiedlichen Denkweisen gibt. Wenn wir eine Wachstumsmentalität haben, sehen wir das Gute im Schlechten. Wir glauben, dass ein Hindernis nicht das Ende der Welt bedeutet. Wenn Sie eine wachstumsorientierte Denkweise entwickeln, kann dies Ihnen helfen, mit der Zeit Widrigkeiten zu überwinden. Der Aufbau einer wachstumsorientierten Denkweise kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Planen Sie daher unbedingt, wie Sie die notwendigen Änderungen vornehmen und daran arbeiten. Als nächstes ist es wichtig, ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen. Das sind Menschen, denen Sie vertrauen können. Es sind Menschen, die an Dich glauben. Dies sind Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Mentoren, Menschen, die Sie über Ihre Charaktere, Fähigkeiten und so weiter kennen. Es ist immer eine gute Idee, ein unterstützendes Netzwerk zu haben, auf das man sich in Zeiten der Not verlassen kann. Darüber hinaus können Sie sich an jemanden in diesem Netzwerk wenden, wenn Sie bei etwas Hilfe benötigen. Die Sache ist die, wir werden Zeiten erleben, in denen wir am liebsten aufgeben würden. Wir haben das Gefühl, dass wir scheinbar nicht weiterkommen. Es ist wichtig, Ihrem Unterstützungsnetzwerk anzuvertrauen, wie Sie sich wirklich fühlen. Sie werden Sie ermutigen, weiterzumachen. Sie werden Sie hochheben, wann immer Sie es brauchen. Sie werden nicht von Dir abweichen. Ein unterstützendes Netzwerk wird Ihnen sicherlich diesen Vorteil verschaffen. Vor allem, wenn Sie Widrigkeiten überwinden und die Ziele erreichen möchten, die Sie sich vorgenommen haben. Abschließend werfen wir einen Blick auf die Entwicklung von Referenzen durch Selbstfürsorge. Die Sache dabei ist, dass Sie sich optimal um sich selbst kümmern können, geistig und körperlich. Darüber hinaus können Sie Widrigkeiten überwinden, indem Sie eine belastbare Person sind. Sie können die Tatsache akzeptieren, dass vor Ihnen Herausforderungen liegen werden. Dass Du sie wie jeden anderen Sturm überstehen wirst. Wichtig ist, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass Resilienz Sie geistig härter macht. Und es wird die Überwindung von Widrigkeiten viel einfacher machen. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und lernen Sie, widerstandsfähiger zu sein und darauf im Laufe der Zeit aufzubauen. Das reicht für diese Präsentation. Bevor wir gehen, hoffen wir, dass diese Ideen eine Überlegung wert waren. Wenn Sie etwas davon verpasst haben, können Sie sich diese Präsentation gerne noch einmal ansehen und sich Notizen machen. Die Überwindung von Widrigkeiten ist der Schlüssel zum Erreichen Ihrer Ziele, ob kurzfristig oder langfristig. Vielen Dank, dass Sie sich diese Präsentation angesehen haben. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, mehr über die Bewältigung von Widrigkeiten zu erfahren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Drei Gründe, warum Sie Ihre Komfortzone verlassen sollten In dieser Präsentation werden die drei Gründe behandelt, warum Sie Ihre Komfortzone verlassen sollten. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir uns niemals mit Selbstzufriedenheit auseinandersetzen sollten. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir viel zu lange in unserer Komfortzone bleiben. So versuchen wir, ein Ziel zu erreichen und stoßen dabei auf ein herausforderndes Hindernis. Es wird unangenehm und wir haben das Gefühl, dass wir nichts tun können. Zum Glück hilft Ihnen diese Präsentation dabei, aus Ihrer Komfortzone herauszukommen, damit Sie den Herausforderungen gewachsen sind. Es gibt Ihnen auch die Möglichkeit, die Dinge auszuprobieren, die Ihnen Angst machen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie etwas tun können, wenn Sie Angst haben. Sich dem zu stellen ist der bestmögliche Weg. Nachdem dies gesagt ist, werfen wir einen Blick auf die folgenden drei Gründe, warum Sie jetzt Ihre Komfortzone verlassen. Erstens gibt es Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wachstum und Ihre Fähigkeiten zu erweitern. Das Tolle daran ist, dass Sie über Ihre aktuellen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Sie möchten also das, was Sie können, in Bezug auf das, was Sie tun können, erweitern. Denken Sie daran, dass es in Ordnung ist, neue Dinge zu lernen, wenn Sie möchten. Es zeigt die Bereitschaft, die eigene Komfortzone zu verlassen. Es zeigt auch, dass Sie etwas tun möchten, das Ihnen hilft, die Angst vor Fehlern zu überwinden. Wenn Sie bereit sind zu lernen und es auch anwenden wollen, können Sie Ihre Möglichkeiten leichter erweitern. Der zweite Grund ist, dass Sie dadurch Ihre Ängste überwinden und Ihr Selbstvertrauen stärken können. Wenn Menschen in Ihrer Komfortzone festsitzen, dann aus einem bestimmten Grund. Es besteht eine Angst und Sie haben möglicherweise kein Selbstvertrauen. Sie könnten befürchten, dass Sie scheitern. Sie könnten denken, dass Sie nicht gut genug sind. So viele Dinge können Ihnen durch den Kopf gehen. Wenn Sie jedoch in der Lage sind, kleine Schritte außerhalb Ihrer Komfortzone zu unternehmen, wird dies zu einer leichten Verbesserung Ihres Selbstvertrauens führen und Sie haben eine bessere Chance, sich dabei Ihren Ängsten zu stellen. Wenn Sie dies im Laufe der Zeit schaffen, werden Sie sich unaufhaltsam fühlen. Der dritte und letzte Grund ist, dass es für Sie einfacher wird, Ihre Ziele zu erreichen. Es ist üblich, dass jemand Sie erreicht, wenn er beschließt, seine Komfortzone zu verlassen. Sie werden das Gefühl haben, etwas Neues ausprobiert zu haben und sich somit auf einem unbekannten Terrain zu befinden. Für die meisten Menschen ist das Verlassen dieser Komfortzone tatsächlich unbekanntes Terrain. Viele von Ihnen scheinen es erst dann zu bemerken, wenn Sie einen Meilenstein auf dem Weg zu Ihren Zielen erreicht haben. Sie werden erkennen, dass Sie es so weit geschafft haben, dass Sie nicht bemerkt haben, dass Sie Ihre Komfortzone noch nicht verlassen haben. Wenn Sie also den Kopf gesenkt halten und hart an Ihren Zielen arbeiten, werden Sie langsam merken, dass Sie Ihre Komfortzone verlassen und Sie werden das Gefühl haben, an einem aufregenden neuen Ort angekommen zu sein, den Sie erkunden möchten. Dies wird es für unsere Präsentation sein. Hoffentlich konntest du etwas daraus mitnehmen. Die eigene Komfortzone zu verlassen ist eine der besten Errungenschaften für diejenigen, die Erfolg haben wollen. Sie können es tun, wenn auch unwissentlich. Das liegt daran, dass Sie sich mehr darauf konzentrieren, Aufgaben zu erledigen und bevor Sie es merken, sind Sie von Anfang an weit genug gekommen. Wir freuen uns, dass Sie sich das ansehen. Wir sehen uns bald. Selbstdisziplin Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren und zu motivieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Selbstdisziplin erfordert Willenskraft, Ausdauer, Geduld und Selbstbewusstsein. Selbstdisziplin ist wichtig für den persönlichen und beruflichen Erfolg, denn sie hilft, Herausforderungen zu überwinden, Versuchungen zu widerstehen und positive Gewohnheiten zu entwickeln. Selbstdisziplin kann durch verschiedene Strategien gefördert werden, wie zum Beispiel sich klare und realistische Ziele setzen und diese schriftlich festhalten. Sich einen Aktionsplan erstellen und diesen regelmäßig überprüfen und anpassen. Sich selbst belohnen, wenn man Fortschritte macht oder Meilensteine erreicht. Sich selbst verantwortlich machen, indem man sich mit anderen austauscht oder Feedback einholt. Sich positive Vorbilder suchen, die einem inspirieren oder unterstützen können. Sich mögliche Hindernisse und Lösungen vorstellen und sich auf das gewünschte Ergebnis fokussieren. Sich positive Affirmationen sagen oder visualisieren, die das Selbstvertrauen stärken. Sich eine gesunde Lebensweise aneignen, die ausreichend Schlaf, Ernährung, Bewegung und Entspannung umfasst. Selbstdisziplin ist eine Fertigkeit, die man mit Übung und Hingabe verbessern kann. Je mehr man sich selbst diszipliniert, desto leichter wird es, seine Ziele zu erreichen und seine Träume zu verwirklichen. Die Kraft ihres eigenen Geistes nutzen Wie können sie die Kraft ihres eigenen Geistes nutzen, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Probleme zu lösen? Das ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, die nach mehr Erfolg, Glück und Sinn im Leben suchen. Die gute Nachricht ist, dass sie bereits über alle Ressourcen verfügen, die sie brauchen, um ihre geistigen Fähigkeiten zu entfalten und zu nutzen. Sie müssen nur lernen, wie sie sie richtig anwenden und trainieren. Die Kraft ihres eigenen Geistes basiert auf zwei grundlegenden Prinzipien, dem Gesetz der Anziehung und der Neuroplastizität. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass sie das anziehen, worauf sie sich konzentrieren. Wenn sie also positive Gedanken, Gefühle und Erwartungen haben, werden sie positive Ergebnisse in ihrem Leben manifestieren. Umgekehrt werden negative Gedanken, Gefühle und Erwartungen negative Ergebnisse anziehen. Die Neuroplastizität besagt, dass ihr Gehirn sich ständig verändert und anpasst, je nachdem, wie sie es benutzen. Wenn sie also neue Fähigkeiten lernen, neue Erfahrungen machen oder neue Gewohnheiten entwickeln, werden sich neue neuronale Verbindungen in ihrem Gehirn bilden und verstärken. Umgekehrt werden ungenutzte oder unerwünschte neuronale Verbindungen schwächer oder verschwinden. Um die Kraft ihres eigenen Geistes zu nutzen, müssen sie also zwei Dinge tun. Erstens müssen sie ihre Gedanken, Gefühle und Erwartungen auf das ausrichten, was sie wollen und nicht auf das, was sie nicht wollen. Zweitens müssen sie ihr Gehirn aktivieren und stimulieren, indem sie neue Dinge lernen, ausprobieren und üben. Indem sie diese beiden Prinzipien befolgen, werden sie ihr Gehirn neu programmieren und ihre Realität neu gestalten. Sie werden mehr Selbstvertrauen, Kreativität, Motivation und Intuition entwickeln. Sie werden auch mehr Möglichkeiten erkennen und nutzen, mehr Herausforderungen meistern und mehr Erfolge feiern. Die Kraft ihres eigenen Geistes ist ein unschätzbares Werkzeug für ihr persönliches Wachstum und ihre Lebensgestaltung. Nutzen sie es! Komfortzone Die Komfortzone ist der Bereich, in dem wir uns sicher, vertraut und wohlfühlen. Es ist der Bereich, in dem wir unsere Gewohnheiten, Routinen und Erwartungen haben, die uns Orientierung und Stabilität geben. Die Komfortzone ist nicht unbedingt schlecht, denn sie hilft uns Stress zu reduzieren und unser Selbstvertrauen zu stärken. Allerdings kann die Komfortzone auch unsere Entwicklung und unser Wachstum einschränken, wenn wir uns zu sehr darin zurückziehen und keine neuen Herausforderungen annehmen. Wenn wir immer nur das tun, was wir schon kennen und können, verpassen wir die Chance, neue Fähigkeiten zu erlernen, neue Erfahrungen zu machen und neue Perspektiven zu gewinnen. Deshalb ist es wichtig, ab und zu die Komfortzone zu verlassen und sich bewusst Situationen auszusetzen, die uns fordern und fördern. Das kann zunächst unangenehm und anstrengend sein, aber es bringt uns auch viele Vorteile. Wir erweitern unseren Horizont, entdecken neue Möglichkeiten, steigern unsere Kreativität und Flexibilität, erhöhen unsere Resilienz und Zufriedenheit und verbessern unsere Leistungsfähigkeit. Natürlich müssen wir nicht ständig unsere Komfortzone verlassen, denn das wäre zu stressig und kontraproduktiv. Es geht vielmehr darum, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Unsicherheit, zwischen Routine und Abwechslung, zwischen Komfort und Wachstum zu finden. Selbstvertrauen stärken Selbstvertrauen ist die Fähigkeit an sich selbst und seine Fähigkeiten zu glauben. Es ist wichtig, ein gesundes Selbstvertrauen zu haben, um Herausforderungen zu meistern, Ziele zu erreichen und sich wohl zu fühlen. Es gibt viele Möglichkeiten, das Selbstvertrauen zu stärken, zum Beispiel Sich selbst akzeptieren und wertschätzen Jeder Mensch ist einzigartig und hat Stärken und Schwächen. Sich selbst anzunehmen, wie man ist und sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren, kann das Selbstwertgefühl erhöhen. Sich realistische Ziele setzen und verfolgen Ziele helfen, sich zu motivieren und zu fokussieren. Sie sollten jedoch erreichbar und messbar sein, um Frustration zu vermeiden. Wenn man ein Ziel erreicht hat, sollte man sich dafür belohnen und stolz sein. Sich Herausforderungen stellen und aus Fehlern lernen Es ist normal, Angst vor dem Scheitern oder der Kritik zu haben, aber das sollte einen nicht davon abhalten, neue Dinge auszuprobieren oder Risiken einzugehen. Fehler sind eine Gelegenheit, zu lernen und zu wachsen. Anstatt sich von ihnen entmutigen zu lassen, sollte man sie als Feedback nutzen und daraus Schlüsse ziehen. Sich mit positiven Menschen umgeben Die Menschen, mit denen man sich umgibt, haben einen großen Einfluss auf das Selbstvertrauen. Es ist wichtig, sich von Menschen fernzuhalten, die einen herunterziehen oder kritisieren, und stattdessen Menschen zu suchen, die einen unterstützen und ermutigen. Positive Menschen können einem helfen, das eigene Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Sich um sich selbst kümmern Das Selbstvertrauen hängt auch von der körperlichen und geistigen Gesundheit ab. Es ist wichtig, sich ausgewogen zu ernähren, regelmäßig Sport zu treiben, genug zu schlafen und Stress abzubauen. Diese Gewohnheiten können das Wohlbefinden verbessern und das Selbstvertrauen stärken. Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des HasenChat Audiobooks Labels unter https.doppelpunkt slash slash hasenchat.net Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos.